Moinsen Leute herzlichst Willkommen! Jetzt startet die zweite Operationsreihe für uns Mission Nummer 6, aber Mission Nummer 1 in Operationsgedülüt 2. Wir hören uns einmal das Operation Briefing an. Wir sehen uns die Jaguar-Supply-Depots in der Nähe zu sein, aber die Konten der Armourien sind wert. Von unseren Rebel-Frienden, wir haben die Location von vielen Klan-Communikations-Basen. Die Koordinaten werden mit Ihren Mission-Specifiken geöffnet werden. Diese sind Priority-Targets. Wir können nicht den Angriffen nennen. Das Battalion wird sein Bestes, um zu treffen. Du wirst den Jaguar-Supply-Depots in der Nähe zu treffen. Ich wünsche, dass du hart schlägst. Und die Clan-Smoke Jaguars jetzt natürlich ein bisschen mehr am Start sind und uns komplett sehr schmettern wollen und ihre Gegenoffensive quasi so halbwegs starten und so weiter. Und in dieser Mission geht es darum, es gibt einen Dest-Agenten, Kuritas Special Forces sind das, der mit seinem Huntspec 2C hier irgendwo festgesetzt wurde. Da startet dann mein Team. Wir haben leider nur die Möglichkeit, eine kleine Lanze zu droppen. Und hier unten müssen wir hin. Und hier könnte Loot sein und hier könnte Loot sein und deshalb gucken wir mal. Ähm, wir müssen mal schauen, wo der droppt. Also der ist, glaube ich, irgendwo am Westufer, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich werde dann, denke ich, mal gucken, dass ich mich synchron mit Lanze 1, also Force Group 1, und dem Typen... Hm, ich wollte gerade sagen, dass ich mich mit dem synchron bewege, aber theoretisch, er müsste ja dann unbedingt hier spawnen. Vielleicht spawnt er ja auch hier. Dann könnte ich mich nicht synchron bewegen mit beiden Teams am Ufer entlang. Ach, naja, wir gucken mal. Auf jeden Fall habe ich jetzt das erste Mal eine UAV quasi, eine Sensor Probe, womit ich dann auf der Map zumindest kurzzeitig spoten kann, wo genau was steht. Das ist wahrscheinlich auch mal ganz nett von Vorteil. Ich werde, äh, 150 Tonnen. Ja, eigentlich können wir unsere schwersten Kisten mitnehmen, ne? Hunter. Als Long Range. Gunman als Brawler. Und sorry, Leute, ich habe die Mechs leider schon repariert und neu ausgerüstet. Ich habe vergessen, ähm... dass ihr das sehen wollt. Naja. So, hitten wir natürlich noch mit seinem Ulla. Und... Links. Ja, das ist immer gute Dienste geleistet mit seiner PPC. Jetzt sind wir ziemlich schwer unterwegs. Ähm... Da ist wie kein... keine Bonus-Kohle geben. Dafür... für... von wegen Untertonnage oder so. Da tausche ich Gunman gegen Mystique aus. Äh... Ach, wobei, ne? Ich glaube, die Feuerkraft von Gunman kommt ein bisschen besser. Also jemanden, der vorne an der Front steht, austeilen kann und einstecken. Der Handwerk ist ja eigentlich ganz gut dafür geeignet. Und Hunter mit seinen Long Range Misshalls so von hinten. Das dürfte sich ganz gut ergeben. Wir starten einfach mal. Oh, wie geil. Direkt nebeneinander. Besser geht's ja bald gar nicht, ne? Team 1, ihr könnt euch aber eben hier ein bisschen auf den Dreck stellen. Welcome, du läufst... Oh, langsam mal. Ach, war runtergefahren. Okay. Hätte ich vielleicht so lassen sollen, ne? Ach, naja. Oh, da kommt auch schon der erste Feind. Den Harasser. Falken engage ihn auch direkt einfach ordentlich. Von der Ausgleich noch nicht großartig spoten hier in der Mitte. Okay, Falken hat's geregelt. Nice. Da hoch oben auf den Bergen. Nichts großartig zu sehen. Wieder runterheizen. Falken hat noch nichts auf den Sensoren. Und dann kommen wir hier, glaube ich, langsam sneaky weiter. Oh, da ist schon was. Ah ja, hier sind so Aero... Wie heißen die Jäger noch? Keine Ahnung. Alle, die Airstrikes runterrufen. So Fahrzeuge. Sind nur Fahrzeuge. Und auch eins. Da komm, wir starten mal einen Push. So schwer, wie es so, glaube ich, nicht werden. Falken hat ein Panzer, war doch immer. Oh, hier, direkt Airstrike-Dinger zerschmettern. Kannst du, Falken? Lauf, lauf. Oh, da kommt der... Oh, auch ein Aerospace-Spotter. Lauft. Gut. Uh, der hat auch viel verkuckt, gespottet gerade. Muss ich aufpassen, dass hier keiner... Sehr schön. Geil, geil, geil. Rüber, rüber, rüber. Oh, fett. Also links hat es ziemlich hart erwischt. Er hat auch direkt mal einen halben Mac verloren. Also da steht einfach noch ein Tank rum. Gut. Geil. Jetzt erstmal direkt hier weg. Oh, nicht so schnell, der Handspeck-Spot-C, wa? Data. A-Load. Pulse Laser, Heavy Flamer, Heavy Ultra-AC, zwei I-Alarge Laser, oh, nice. Die Dinger haben, glaube ich, auf die Brücke geschossen. Sollte ich die Brücke einfach mal einreißen? Oh, ne, meine Strikes kann ich vielleicht noch für was anderes besser gebrauchen. Ich kann nicht durch hier. Äh, Hunter. Ah, ne, 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 ne. Links. Fuck, Hunter Schietz ist auch drauf. Yes, sir. Yes, sir. Ach, das war nur eine Patrouille. Ich da, oh, geil. Ich dachte, die hätten irgendwie was auf den Sensoren und würden jetzt einfach mal hinterherkommen. Oh, sehr schön. Oh, links sieht aber echt beschissen aus. Jetzt hat der Firestarter getankt quasi, ne? No problem, sir. Ja, noch Laser und PPC, das ist hier vor. Consider it done. Consider it done. No problem, sir. Mhm. No problem, sir. No problem, sir. Immer schön die Schleichwege duken, weil wahrscheinlich auch mega aufregend gerade, ne? Das allerdings ist auch echt nicht so das Beste, wo man langlaufen kann, stelle ich fest. Kannst du dahinter drauf schießen? Oh, der, wenn der weg ist, dann können wir überall lang garten. Äh, schade, nicht drauf garten. Jetzt haben wir ein bisschen Munitionsverschwendung. Aber okay. Das ist dann jetzt so. Ich glaube, die Munition wird noch für das Ende der Mission reichen. Wir müssen ja noch da unten hinkommen. Nur. Ja, sehr schön. Oh. Oh, 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 oh. Ah, ich habe die Map leider auch gar nicht mehr so komplett im Kopf. Ich glaube, wir gehen dann einfach mal hier lang. Ah, längs hier machen wir eben den. Das Holz weg. Vielleicht sollte ich auch mal meinen Sensor droppen. Aber hier kommt, das sieht aus, als würde es zumindest noch ein bisschen bergiger werden. Also den Wald trifft er schon mal sehr gut, ne? Mit seiner PPC, das hat er schon mal fleißig an den Max geübt. Immer schön auf große Ziele halten, äh, auf kleine Ziele halten, wenn man die Großen später besser trifft. Im ganzen Wald. Da siehst du, wir hatten eine erhöhte Sensorposition. Was können wir denn hier so ausfindig machen? Gibt es hier Loot? Ne. Häuser. Okay, ein bisschen enttäuschend. Schon unten, da vor dem Punkt, wo wir hin müssen. Da ist ja auf jeden Fall noch was zu holen. Irgendwas spotten, was wir hier so haben. Welten bleibt erstmal zurück. Warte mal, hier könnte ich jetzt noch lang. Ich glaube hier unten war, aber nichts bergiges mehr, ne? Wo ich irgendwie gut spotten könnte. Auf jeden Fall, erhöhte Sensorreichweite und sowas. Aber wobei doch, ein kleiner Werk zumindest. Ne, ein großer. Nein. Na, fast. Doch, aber, bringt nicht so viel. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Die Patrouille da hinten machen mich so ein bisschen fertig. Weil, also eigentlich, ich möchte hier, hier irgendwo war glaube ich laut Map auch noch so... Gebäude. Sind wir uns hier, was haben wir hier denn? Äh, das sind glaube ich Maxen mit den roten Dingern, ne? Hm. Vielleicht geht mal ein bisschen ran. Oh, Pressure Tank. Uh. Da haben wir einen Fuel Truck. Okay, also etwas, was wir theoretisch wohl für uns ausnutzen können. Vermutlich auch für uns ausnutzen müssen. So wie das ausschaut. Ah, komm, zeig dich. Am besten können wir uns ja hier aufstellen, ne? Da richtig Reichweite. Von da vorne hin. Ja, man, du bleibst da. Oh. Ein Hunchback. Boom. Oh, schade. Und was da noch reinkommt? Also ich hab da ja theoretisch noch mehr Blips auf dem Radar. Aber es kommt jetzt nichts rein. Oh. Okay, irgendwas ist da gerade hoch in die Luft geflogen. Jawohl. Alle Max weggebasht. Oh, geil. Der ist zufällig dann auch noch nach vorne glaschen. Der Holländer 2A. Wo A? Holländer A. Ne, 2A tatsächlich. Oh, aber das war zu heftig für die Max. Kein Max-Loot für mich. Und den Hunchback haben jetzt gerade einfach mal in den Boden gestanzt. Herken hat dafür aber ganz schön ordentlich eingesteckt. Äh. Der Fuel Truck. Das war's. Fuel Tanks. Und Loot. Fuck yeah. Oh, Komponenten. Lockerenschmesser. Selfish Clamer. 2 Light ACs. Main Station. Aber den die vielleicht noch kaputt... Oh, noch mehr Loot. Komponent Warehouse. Großen Komponenten. Wahrscheinlich keinen großen Unterschied, oder? Laser Sensor Streaks. Fine. Gehen wir nochmal eben hier unten spotten. Wir gehen jetzt noch nicht ins Ziel. Ich möchte wissen, was ich da hinten noch finden kann. Oh, das ist echt bitter. Ich hätte echt gerne einen Holländer gehabt, ne? Und den zweiten Hunchback wäre theoretisch auch noch cool gewesen. Einfach für... Bäder mal. Bah. Ne Scheune. Weil die im Prinzip im Nahkampf ja schon gut was wegstecken können. Oh, warte mal. Pelken. Bist bestimmt zu mir, oder? So eine attraktive Söldnergruppe wie die, die ich hier anführe. Alter, mega Glück gehabt. Ey, stell doch mal vor, ich hätte mich hier erst so... Wobei... Ne, wir hatten mal durchkämpfen müssen. Mit dem Hunchback 2C von oben hier runter. Uh, das wäre schwierig geworden. Geil, mehr Glück als Verstand. Vielleicht bin ich ja doch ein größerer Strateger, als ich dachte. Na, sieht aus, als würde ich hier bergig werden. Na, komm. Das hier wird ein normaler Tank sein. Die Geschwindigkeit. Ein Cougar. Uh. Haltet ihn dort. Einfach von da aus feuern. Schön, dass er da bleibt. Er läuft nicht, er läuft nicht. Ja, er läuft gerade raus, ne? Der Bastard. Ah, egal. Zerschmettert ihn jetzt einfach. So viel kann er ja nicht mehr am Start sein. Yes. Und er explodiert. Fuck. Oh, fuck. Bei Ulla am Start. Oh, komm. Bleib mal einfach da stehen. Nice. Boom. Boom. Hervorragend. Gut, das war ziemlich easy. Auch Glück hat mit den Spikes, dass sie hier stehen geblieben sind. Und er explodiert auch. Oh, zu früh gefreut. A.K. Mac Loot für mich. Ach, naja. Falcon, muss er dafür jetzt ganz schön was wegtanken, aber... Ich glaube, das ist ein fairer Trade gewesen. Falcon lebt ja auch noch. Neuer Sensor-Kontakt. Oh. Long-Range Missiles. On to go. Alle ruft da. Jau. Alter, saugut getroffen. Direkt Hälfte runter ab. Wobei, das hat ja auch leider nicht so viel zu sagen, ne? Er verfehlt erstmal mit seinen Long-Range Missiles. Links. Stürmt jetzt an die Front mit seinem halben Mech. Oh, das wird nachher teuer, alles zu reparieren. Alter. Und explodiert auch. Na gut, das Gewicht ist alles hervorragend. Oh, Falcon sieht aber echt scheiße aus. Vielleicht sollte ich Falcon hier unten in der Base lassen. Falcon rennt mal runter. Aber hier oben war doch noch irgendwo was. Einen Strike hätte ich auch noch. Gunman. Der Typ mit dem Handspeck, ne? Von dem Mech, wo ich die ganze Zeit sage, der könnte zumindest ein bisschen was tanken im Nahkampf. Der ist doch komplett gut im Schuss. Oh, dat ist mal kein Weg. Schade. Das ist nur Geröll. Oh, aber hier ist die Base. Eine Light Wall. Nix auf den Sensoren. Fabrik. Liquid Storage Factory. Industrial Shit. Ach komm schon, gib mir eh was, was hier zumindest die Reparaturkosten wieder raushaut. Nix. Okay, Leute. Rennt alle hier hin. Okay, alles richtig. Geil. Das Bein, das linke Bein sieht noch richtig gut aus. Der rechte Arm ist ziemlich angeschlagen. Korb richtig einer draufgekriegt. Und der Rest ist einfach nur Ruine eigentlich. Guckt euch das an. Waffensysteme. Oh, die sind aber noch alle erhalten. Sehr geil. So, Hunter. Wie gehst du aus? Ah, noch genug LRM-Munition. Das ist hervorragend. Ich wäre auch versucht, hier oben die noch zu zerschmettern. Aber das ist mir, glaube ich, zu viel Risiko. Jetzt sind wir halt safe. Wir können hier noch einen Strike runterlassen. Oh, was geht so? Oh, nicht viel bei dir. Ach, schade, jetzt fahren sie doch weiter. Wenigstens ein Tank. Doch nicht. Hm, hm. Ach, naja. Mission überstanden. Das ist mir gerade, glaube ich, mitunter das Wichtigste. Oh, hier hätte ich hochgehen können noch zum Sporten. Das ist nochmal bergig nach oben. Ey, so viele Mechs verstört, ne? Zwei Ola, ein Kruger war das ja hier hinten, ne? Zwei Handspacks, ein Holländer. Und kein Mechloot. Nur Waffen. Und sind so an. Aber nein, das ist in Ordnung. Longage Missiles. Da bin ich jetzt gerade inzwischen Fan von. Also, Hunter mit seinen Longage Missiles im Kruger. Der hat ja wirklich richtig geil. Gerade den anderen Kollegen zerschmettert eigentlich sogar. Und Gunman. Komplett unbehelligt, ne? War was? Der hat nicht mal einen Lucky Shot abgekriegt. Wunderbar. Und 26.000 gibt's dafür. Sieben Mechs destroyed. Einen Piloten dabei getötet. Ach, schön. Immerhin ein bisschen was. Ich glaube, Gunman ist aufgestiegen, wenn das gelb ist, ne? Fine. So, an dieser Stelle. Besten Dank fürs Zugucken. Und wir schauen, wie's weitergeht. Bis zum nächsten Mal.